Der Biggesee, Nordrhein-Westfalens größte Talsperre, prägt das Bild Südwestfalens weit über die Region hinaus. Hier finden sich nicht nur zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Touristen, sondern auch für die Einheimischen. Die Bilder täuschen. Das Erholungsgebiet ist in die Jahre gekommen. Besucherzahlen sinken kontinuierlich. Die Projektidee Naturerlebnisgebiet Biggesee-Listersee setzt hier an. Der Kreis Olpe will das Naturerholungsgebiet fit machen für die Zukunft. Badebetriebe sollen erneuert werden, ein Informationszentrum entstehen. Natur und Landschaft erleben, ganz besonders für Familien. Dies steht im Mittelpunkt aller Maßnahmen. Der Biggesee soll durch überregional bedeutende Events bekannt und für Besucher attraktiv gemacht werden. Von den Erfahrungen der Projektidee Biggesee-Listersee sollen alle Stauseen der Region profitieren. Damit es für Südwestfalens Seen heißt, Kurs Richtung Zukunft.